Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Nimsrad. Wir sind hier heute bei der Bikestage 2023 und heute zu Gast sind Dominik und Judith von Giant und von Liv. Die stellen einmal das Giant Stormguard vor, ein urbanes E-Mountainbike für den Gentleman von morgen habe ich mir sagen lassen und das Liv armt hier ein sehr cooles Trekkingrad. Was die beiden Räder können, das erfahrt ihr jetzt hier im Video. Viel Spaß damit. Hallo zusammen, ich bin Judith von Liv und ich habe euch heute das neue Amity E Plus mitgebracht. Das Bike ist unser bisher vielseitigstes E-Trekkingbike bei Liv. Das geht sogar schon ein bisschen Richtung Adventure E-Bike und das überzeugt vor allen Dingen mit einer sehr starken Akku- und Motorleistung. Das Bike kommt mit unserem stärksten Motor, dem Sync Drive Pro 2 Motor mit 85 Newtonmetern. Das heißt, ihr kommt damit auch die steilsten Anstiege hinauf. Das Pro-Modell kommt am Werk mit dem 800 Wattstunden Energy Pack und kann bei Bedarf noch mit einem 250 Wattstunden Range Extender unserem Energy Pack Plus ergänzt werden. Das heißt insgesamt kommen wir dann auf 1050 Wattstunden Akkukapazität. Das Bike wird mit unserer Ride Control Ergo 2 Bedieneinheit bedient und hat im Vorbau integriertes Ride-Evo Farbdisplay, was während der Fahrt die Fahrtdaten zum Beispiel anzeigt und wo auch Navigationshinweise eingeblendet werden können oder Mitteilungen vom Mobiltelefon. Außerdem kann das besagte Mobiltelefon auch mit einer USB-Schnittstelle während der Fahrt aufgeladen werden. Was bei dem neuen AMIT-E auf den ersten Blick auffällt, ist, dass das Bike eine wesentlich höhere Front bekommen hat, was vor allen Dingen für Komfort sorgt. Diese höhere Front wurde vor allen Dingen durch eine 100 Millimeter Federgabel erreicht, plus einen neuen Vorbau und einen Lenker, der ein bisschen nach oben gebogen ist, also mehr Rise hat und zugleich auch zur Fahrerin hingebogen ist. Das ist dann der sogenannte Back-Sweep. Damit erreicht man eine wesentlich aufrechtere Sitzposition und ist somit um einiges komfortabler unterwegs. Ebenfalls zum Komfort tragen die breiten 57C Gravel-Reifen bei, die dazu führen, dass das Bike noch weitaus vielfältiger eingesetzt werden kann. Das heißt, Schotterpisten sind ab sofort auch kein Problem mehr. Außerdem, wie ihr seht, ist das Bike ab Werk bereits komplett ausgestattet. Das heißt, es hat eine Beleuchtung, es hat Schutzbleche, es hat einen Seitenständer. Außerdem haben wir einen Mic-HD Gepäckträger, der bis 27 Kilo freigegeben ist und auch eine Kindersitzfreigabe hat. Was das Bike auch noch ein bisschen besonders macht, ist, dass wir eine offizielle Anhängerfreigabe haben und eine Anhängeraufnahme direkt in das hintere Ausfallende integriert ist. Dieses super Gesamtpaket wird abgerundet durch Shimano Link Glide Komponenten, die E-Bike spezifisch sind und für wesentlich leisere Schaltvorgänge und für weniger Verschleiß an den Schaltkomponenten sorgen. Wie von Liv gewohnt, haben wir auch bei diesem Rad ein zulässiges Gesamtgewicht von 156 Kilo. Das war's von Judith und Liv. Ich übernehme jetzt. Ich bin der Dominik von Giant und erzähle euch was über unser neues Projekt, das Stormguard E, was wir über die letzten vier Jahre lang ausgetüftelt haben. Unser neues Stormguard ist ein Adventure SUV-Bike, gerichtet an auch jedermann. Egal, ob ich damit zur Arbeit pendeln will, ob ich einfach ein paar Touren fahren möchte, ob ich eine entspannte Tour am Wochenende machen will mit ein bisschen Gepäck. Wir haben ein Rad konzipiert, dass jeder Herausforderung sich ohne Probleme bestellen kann und was hier rausgekommen ist, seht ihr hinter mir stehen. In dem Fall haben wir das Stormguard E Plus 1 vor uns stehen. Besonders an dem Rad an sich ist, wie gesagt, wir haben sehr viel Entwicklung reingesteckt. Wichtig bei dem ganzen Thema war auch einfach, dass der Fahrer sich wohlfühlt und dass man, wie gesagt, diese universelle Einsatzmöglichkeit hat. Wir haben uns dann dazu entschieden, das Ganze als Folie auf den Markt zu bringen und haben einen Hinterbau entwickelt, der auf den Namen Stabling hört. Der Vorteil hier ist, wir haben einen Kettenspanner integriert und setzen anstatt einer Kette allerdings auf den Gates-Riebenantrieb, der einfach noch stressfrei ist. Ich muss nichts ölen, ich muss nicht nachspannen, ich fahre einfach nur und genieße das Radfahren. Und das hilft uns natürlich auch bei diesem Grundkonzept, dass wir sagen, wir möchten den Leuten einfach ermöglichen, Spaß am Fahrradfahren zu haben und sich nicht um irgendwelche Sachen kümmern zu müssen. Deswegen haben wir uns für den Gates-Riemen entschieden. Das ganze Rad verfügt an der Front und am Heck über 100 mm Federweg. Für normale Touren, innerstädtisch oder sonst wie reicht das völlig aus. Ihr habt trotzdem mehr Komfort, als wenn wir jetzt einen klassischen Hardtailrahmen benutzen oder einfach eine Starrgabe verbauen würden, um Gewicht zu sparen. Wichtig war wirklich ein komfortables Fahrerlebnis. Deswegen haben wir auch 27 Fünferreifen genommen, aber verbauen 60 mm breite Reifen. Durch die breite Reifen habe ich noch einen höheren Fahrkomfort. Das Ganze wird etwas gedämpfter ablaufen. Auch loser Untergrund ist damit gar kein Problem mehr. Um für jede Fahrsituation gewappnet zu sein, haben wir das Rad ausschaut und abwerkend mit Schutzblechen und einer Supernova LED-Beleuchtung, die eine Fernlichtfunktion hat, ausgerüstet. Das heißt, egal ob Wind, Wetter, hell, dunkel, das Rad ist für alles gewappnet. Was das E-Bike-System angeht, verbauen wir hier auch unseren Synthrive Pro 2 Motor mit 85 Newtonmeter und im Fall vom E-Plus 1 haben wir sowohl den 800 Wattstunden Akku mit der neuen Panasonic Zelle, als auch schon den 250 Wattstunden Energy Pack Plus. Das heißt, ihr fahrt direkt mit 1050 Wattstunden los auf euer nächstes Abenteuer. Wie vorhin schon erwähnt, könnt ihr beim Pro 2 Motor auch den Motor nach euren eigenen Vorlieben abstimmen und dementsprechend das Rad auch so einstellen, wie ihr das haben möchtet. Für alle, die mit Gepäck reisen, wir haben sowohl am Gepäckträger die Möglichkeit, die Packtaschen zu festigen, als auch eine Anhängerkupplung am Rad selbst. Das heißt, ihr könnt zusätzlich, wenn ihr das möchtet, noch eure Kinder oder was auch immer im Anhänger mit euch ziehen, ohne euch Sorgen machen zu müssen um die Zuladung. Wir haben das ganze Rad mit einem Systemgewicht von 156 Kilo freigegeben. Also gar kein Problem. Das war es mit den Neuheiten von Giant & Liv. Hat uns sehr gefreut, hier auf der Bike Stage zu sein. Wir hoffen, das waren die Neuheiten von Giant & Liv hier bei der Bike Stage 2023. Wenn ihr irgendwelche Fragen oder Kommentare habt, dann postet sie einfach unten oder schaut auch in den Artikel auf Nimm's Rad rein. Den verlinken wir euch hier natürlich gerne. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.